Da gibt es zumindest die Chance, dass auch Frauen in dieses neue, erste demokratische Parlament einziehen, denn ohne Frauen und ohne Repräsentanz von Frauen wird es keine wirkliche Demokratie geben. Das ist die Ursache und der Grund, warum ich in Libyen, in Tunesien, auch im Irak an Ostern eine Woche in Bagdad und im Nordirak, auch da gibt es eine Verantwortung und eine große Chance auch für Deutschland mitzuhelfen, dass Demokratien entstehen.